nur noch wenige stunden bis weihnachten der ausklang steht bevor viele große player ziehen sich zurück bzw haben sich wahrscheinlich schon zurückgezogen es sind noch die letzten mohikaner hat man früher immer gesagt die jetzt vielleicht noch im markt unterwegs sind viele private wahrscheinlich ein paar kleinere instys vielleicht noch die kleinere position vielleicht noch bewegen aber das ganz große geld ist sicherlich nicht mehr mit dabei wir müssen damit rechnen dass alles was jetzt kommt nicht mehr auf der breiten masse aufgebaut ist sondern eben auf der immer dünner werdenden schicht der händler dementsprechend gibt es jetzt schon und auch zwischen den jahren sicherlich eine erratische kursentwicklung die kann man durchaus nutzen also ich will nicht sagen dass man in der zeit nicht handeln kann man muss nur ein bisschen vorsichtiger sein bei der bewertung dann spätestens wenn dann im neuen jahr das große geld wieder mit dazu stößt mit neuen ideen mit neuen ja auch neuer liquidität dann ist natürlich gegebenenfalls damit zu rechnen dass das ein oder andere wieder zurück gedreht wird na gut wo sind wir aktuell was ist unsere erwartung so richtig viel hat sich seit gestern nicht geändert wir hatten ja ein bisschen angedeutet beim dax wir können es ja noch mal beim dax ganz kurz hier oberflächlich zumindest mal einzeichnen höchster punkt tiefster punkt und dann klassischerweise der move in diese kiste allerdings muss ich dazu sagen dass ich diesen anstieg nicht besonders attraktiv finde warum nicht sieht doch gut aus ja aber ist halt nicht korrektiv das heißt eigentlich für die short seite ist das nicht das gute bild was man sich idealerweise vorstellt man könnte sich aber vorstellen dass es eben entsprechend so eine seitwärts korrektur ist die mag ich nur nicht gerne handeln denn ich habe schon gesagt ja das könnte so sein und so ja aber die sieht man halt immer erst im nachhinein das heißt immer wenn ich diese art der korrektur sehe kann ich leider nicht wirklich einsteigen ein vernünftiger einstiegspunkt wäre der logik halber dieses tief aber wer mich schon länger mitverfolgt der weiß das ist kein guter einstieg denn wir sind dann weit schon gelaufen das heißt es sind die ersten ermüdungserscheinungen man hat wenig die möglichkeit den stopp nachzuteen also logisch ist der super finanziell ist der unattraktiv also bitte euch überlegt euch zweimal ob ihr sagt mensch diese linie benutze ich für ein einstieg da kann man ja gar nichts machen doch doch kann man natürlich schon das wollen wir uns jetzt angucken bei den amerikanern denn da sieht das ja so ähnlich aus aber der dax der ist ja nicht mehr so arg lange unterwegs heute deshalb gucken wir uns das direkt bei den amerikanern an und da ist das bild natürlich grundsätzlich das gleiche auch hier dieser relativ starke anstieg wir haben zwar hier so intern das hatte ich gestern schon mal gesagt aber sehr viel korrekturen aber wenn ich mir dieses gesamtbild angucke ist das jetzt korrektiv ich weiß es nicht wenn es euch so geht ist ihr erkennt das manchmal nicht ja geht mir auch so also immer dann wenn diese linie also wenn diese bewegung wenig abweichung von dieser linie hat auch wenn es da so wackelig ist dann habe ich immer den eindruck naja wenn ich ein meter mit meinem stuhl nach hinten rutsche sieht das aus wie einwillig nach oben das ist mir sehr verdächtig für sie doch stark aus man kann sich das mal im vier stunden chart angucken und dann stellt man fest wieso ist so ein starker anstieg genau das ist das problem wäre das hier schön wackelig gewesen hätte ich hier schon die short seite im petto gehabt aber er hat es nicht so gemacht deshalb ist das für mich nichts was ich jetzt hier für die short seite nutzen kann da kann ich also nicht handeln doch kann man schon aber man braucht dann einen anderen ansatzpunkt und dieser ansatzpunkt wäre diese starke bewegung sehr schön und früher oder später im laufe des nachmittags eine schwache aufwärtsbewegung also das typische bild aber eben nicht auf dieser großen ebene wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte und wie es vielleicht ja auch noch kommt ist ja noch nicht gesagt dass es nicht mehr möglich ist aber eben mit einer korrektur dann hier eben im kleinen bild also machen wir es mal für die handy gucker hier in groß die letzte scharfe abwärtsbewegung das ist zum beispiel was da nehmen jetzt die leute noch gewinnen mit und sagen ich trau dem braten eh nicht lass uns mal rausgehen wonach wir jetzt suchen ist im prinzip nur ganz kurz zum augentraining so was und dann eine pause nur umgekehrt in dem fall so was und jetzt eine pause um dann zu erwarten dass das sich fortsetzt vielleicht sogar noch weiter aber erst mal sich das noch mal fortsetzt in die abwärtsrichtung jetzt bitte nicht in die irre führen lassen weil ich das jetzt hier gezeichnet habe ich sage überhaupt nicht dass das jetzt in diesem moment passieren muss aber früher oder später kommt das also es ist denkbar dass die kurze mal so ein paar beispiele dass die korrektur jetzt kommt in den nächsten minuten ist denkbar aber kann ich nicht vorher sagen kann auch sein dass er noch weiter fällt und danach erst das macht kann auch sein dass er noch weiter fällt und danach erst irgendwie eine korrektur macht das spielt aber im wesentlichen gar keine rolle denn die erwartungshaltung ist dass nach dieser korrektur klassischerweise so dieses letzte tief hier das was wir vorne haben sich noch mal fortsetzt also wann diese korrektur kommt das weiß ich nicht das gute ist allerdings die erkennt man also zumindest mal wenn sie deutlich ist dann kann man sie auch handeln wenn sie undeutlich ist dann handel ich die halt nicht also da bin ich immer ziemlich strikt wenn irgendwas schön im chart aussieht freue ich mich und nehme das gerne mit wenn es sehr undeutlich aussieht was leider auch immer wieder vorkommt aber dann muss ich mir einen anderen markt raussuchen da muss ich ja nicht den da unbedingt handeln dann gucke ich halt ob es beim s&p beim nasdaq vielleicht beim dax vielleicht auch beim smi also im schweizer marktindex dem fuzzi dem kakaron oder vielleicht beim rohstoff währung oder einer einzelaktie besser aussieht und dann gucke ich eben dass ich es da entsprechend umsetze aber früher oder später kommen diese korrekturen wie gesagt das kann durchaus sofort passieren kann allerdings auch noch mal ein bisschen dauern was diese korrektur allerdings haben sollte sind ein paar eigenschaften eigenschaft nummer eins ist sie sollte eine hinreichende größe haben idealerweise damit diese eins zu eins relation nachher gilt dafür messt ihr den höchsten punkt bis zu dem tiefsten im moment ist das der nehmen wir mal es fällt noch weiter müsst ihr natürlich dann bis dahin messen aber ich denke das ist klar aber im moment ist es das nun mal das heißt wenn es ab sofort diese gegenbewegung gäbe dann würde ich sie in diesem bereich 33.380 von mir aus auch 70 irgendwie sowas aber so knapp an die 38er marke vielleicht 61.8 das wäre ungefähr 33.500 das wäre dieser bereich so und jetzt könnt ihr euch ausmalen wenn das korrektiv ist und wir erinnern uns korrektiv ist ja immer drei will ich könnte zum beispiel so aussehen schön in diesem bereich rein oder zumindest mal ran als mindest voraussetzung worauf ich hinaus will ist also das ist ja auch drei willig aber die ist viel zu klein im verhältnis zu hier das ist zwar auch korrektiv hier und würde auch short suggerieren aber bitte sagt dann nicht klasse korrektur eins zu eins projektion diese eins zu eins projektion gilt nur dann als klassische fortsetzung wenn diese korrektur eben diesem typischen maß entspricht natürlich gibt es ausnahmen aber wir müssen uns ja immer auf das fokussieren was am typischsten ist und das ist eben diese situation hier in dieser art also insofern wenn es in dieser größe passiert dann ist das gar nicht so schlecht und denkt immer dran als einstieg diese zwischentiefs nehmen ihr könnt das natürlich auch immer wieder auf den ganz kleinen ebenen suchen manchmal findet man die da auch dass man sagt da erkenne ich es hier ist es vielleicht wieder ein bisschen doof weil der ist wieder niedriger man würde zwar jetzt sagen das ja drei wellig mensch hast du ja recht aber der ist wieder tiefer deshalb bin ich dann weiß ich nicht so genau und da seht ihr diese art zu handeln ist nicht insofern perfekt dass die immer funktioniert hier war es jetzt toll auch hier sah das gut aus mit abc zack und dann nochmal die fortsetzung hier irgendwie aber manchmal erkennt man das nicht und trotzdem läuft der markt also diese art des handelns ist wenn ihr sagt ich möchte immer in diesem einen markt zu jeder zeit eine tolle idee haben und wenn der markt läuft mit dabei sein ist das kein guter ansatz gibt es einen ansatz dafür ich weiß es nicht allerdings ist es hervorragend geeignet wenn es toll aussieht kann man es ja mitnehmen beziehungsweise selbst wenn ihr sagt mir ich will es eben ergänzen durch andere handelsansätze durch vielleicht indikatoren modelle was auch immer ihr vielleicht bevorzugt dort habt ihr die filterung dass ihr sagen könnten also das ist zwar hier nicht mehr abwärts latent aufwärts hier aber es ist schwach also ist es wohl vorläufig noch eher die abwärts seite beispielsweise also so könnt ihr das als eine art filter benutzen um rauszufinden in welche richtung ihr euch bevorzugt bewegt oder eben wie gesagt wenn wir so ein rücksetzer haben und er früher oder später den hinreichend großen die hinreichend große gegenbewegung macht sagt und dann sagen an der stelle schorte ich mit erwartungshaltung dass ich ungefähr das erste wiederholt und der stop man könnte ihn hier drüber setzen also ihr seht ein stieg ungefähr da target ungefähr da stop hier oder wer das schon kennt die 78er das ist dann hier beispielsweise oder sehr defensiv den 78er stop hier wie so 78er da naja von dem höchsten punkt zu dem tiefsten hier dann gemessen da seht ihr habe ich jetzt gar nicht so richtig gemacht hier auf diesen tiefsten muss ich es ja messen das heißt an der stelle dann das ist dann noch ein bisschen konservativer dann bin habe ich noch ein bisschen mehr chancen das ding zu überleben allerdings ist es natürlich etwas nachteilig für den für die chance risikorelation das könnt ihr euch überlegen wir machen häufig sogar beides dass wir beide trades machen wer mich intensiver verfolgt bei born for trading der weiß das stellen wir immer wieder trades vor dieser art und da machen wir häufig dass wir beide trades machen und ich werde auch gucken dass ich da häufiger mal ein als trade des tages mit reinnehme jetzt vor weihnachten ich bin versucht ich würde euch so gerne nochmal da einen schönen trade mitgeben aber vor weihnachten ist das wahrscheinlich aufgrund des volumens gar nicht so sehr sinnvoll also wir haben kaum noch neue positionen die wir im moment mit rein nehmen also nicht wundern wenn das jetzt ein bisschen dünner ist im neuen jahr geht es damit sicherheit intensiv weiter denn wir haben eine ganze reihe pattern auch bei einzelnen aktien beispielsweise und anderen märkten die dafür gar nicht so schlecht sind aber jetzt wie gesagt über die weihnachtsfeiertage vielleicht nicht optimal ihr seht das beim s&p das ist jetzt eure hausaufgabe nehmt das messt von oben bis hier dann wisst ihr ungefähr die zone dann könnt ihr euch überlegen wenn das wackelig da hochkommt könnt ihr diese ideen übertragen auf die jeweiligen märkte die letzte bewegung ist eine scharfe nach unten das spricht eigentlich dafür dass es weiter nach unten geht ich brauche aber was wackeliges als gegenbewegung damit ich eine bestätigung habe das aufwärts wirklich schwach ist und damit ich neue günstige einstiegs- und stockpunkte habe wo die liegen habe ich euch eben beim dao beispiel gezeigt das könnt ihr sicherlich hier übertragen nehmt euch mal euer chartprogramm versucht das mal selber ein bisschen zu zeichnen als kleine übung und dann gucken wir mal ob ihr damit nicht gut selber zurecht kommt für heute wünsche ich euch erst noch mal alles gute morgen sehen wir uns noch mal einmal wieder gibt es vielleicht noch ein kleines update für die die immer noch den markt im auge haben damit man so ein bisschen vielleicht sehen kann wie es dann noch aussieht vor weihnachten deshalb bis jetzt erst noch mal alles gute und liebe grüße dann wir wenn ihr ihr